Hallo, Herr Enderman. Kann ich dich? Lol. Ah, Lava. Du dein auch. Ich bin so fies. Ich habe gerade einen Enderman in Lava geschubst. Und jetzt ist noch einer da. Der rächt sich für seinen Kollegen. Ich befürchte auch. Das ist aber auch eindeutig zu viel Lava. Falls wir mal Lava brauchen, ne? Also abgesehen davon, dass wir tausend Lava-Seen haben, äh, Fälle, unter unserem Haus ist es ganz schön viel. Stille. Dach gerade schon wieder bei mir. Ist alles kaputt. Oh, Lapis. Ich mach gerade die Schilder unten im Lager. Sehr gut. Wie gesagt, ich will dann noch eine zweite Wege dann auch reinhauen. Willst du die nach ganz oben machen? Ja, halt. Ich mach die jetzt so auf, auf, auf. Das war ja höher, quasi. Warte, ich gucke mal kurz runter. Ja, nee, dann mach sie lieber ans, ja, keine Ahnung. Da wollte ich halt dann, ne? Äh, deswegen habe ich ja gesagt, brauchen wir das Dunkelholz. Da wollte ich dann Treppen hinmachen mit Dunkelholz und da drauf dann die anderen Kisten. Und dann machst du's auch rein. Soll ich dann die Dinge dran machen? Da an die Pfeile. Na gut, das funktioniert nur. Das könnte, ja doch. Oder, wenn du halt immer, ne? Mit Schild. Mit der Fackeln drauf. Mit Pfeil und sowas. Ne, kannst du ja eh da hin machen. Unter und höher. Ja, neben die Küsten halt und dann immer mit Pfeilen. Beschriftet ihr unser Lagersystem? Ja. Super. Also, so, Kai. Huch. Ich hab jetzt gedacht, wo bin ich jetzt? Das war jetzt komplett... Hä? Ich hab mich jetzt gewundert, wo ich jetzt hochgelaufen bin. Voll neu, bitte? Alles neu. Ja, genau sowas. Ein Mobterdopsch. Genau, schon hoch. Mobterdopsch. Notfalls, wenn nicht, machen wir es irgendwann an die Kisten dran oder sowas. Mal gucken. Das geht? Ja. Ja? Okay. Ich weh tue. Hm. Ich kann ja besser auf Lavalivell mal ein bisschen rumbuddeln. Nicht hier auf Lavalivell. Ich hab' hier noch was zum Ausleuchten. Ach, hier wollte ich mal... ...langschauen. Ich erinnere, man hat irgendwo einen Block geklaut. Jetzt ist er tot. Weil man klaut nicht. ... tut man ja auch nicht. Wo bin ich denn hier überhaupt nicht? Wo bin ich denn hier überhaupt nicht? Denn geht's los? Oh, jetzt gibt mir die Mausen. Immer noch 25? Aber ganz schön hoch. Ich brauch' eigentlichen Holz. Ich brauch' eigentlichen Holz. Es knatterte. Mhm. Oma hat's verstanden. Ja. Ja. Ich brauch' eigentlichen Holz. Ich brauch' eigentlichen Holz. Immer noch? Oder ist jetzt wieder gut? Nö. Das war das, was du gerade gesagt hast, in der Stimme, in der du das gerade gesagt hast. Ja, das hab' ich schon verstanden. Ui. Ui. Ich mach's gleich wieder bumm, oder? Oh, komm, jetzt. Aber synchron explodieren. Mano. Ich dachte, ich mach' einen Doppelbum und nicht so einfach bumm. Auf der Seite war ich schon mal. Da hat sie meiseln. Das ist leicht interessant. Oh, Kinder. Ich muss gehen. Entschuldigung. Das war nicht höflich. Oh, wenigstens angemeldet. Mhm. Aber auch schon erst während sie dabei war. Mhm. Ja. Naja, aber... Kai, komm mal runter. Gerade. Moment, Moment. Gibt ja zwei Kisten, die ich nämlich nicht beschriften kann. Einmal die mit den Erzen und die, die auf der anderen Seite liegt. Wir sollten auch reingehen, Kai. Es wird dunkel. Das heißt, ich muss mich gleich wieder zum Schlafen bereit machen. Ich. Na, mal. Ich mag den Aufgang. Ja. Ja. Diese... Diese Kiste und die auf der anderen Seite. So, weil die in der Ecke stehen, ja. Ähm. Ja. Mal gucken. Wenn nicht, kann ich ja gleich schon mal hergehen und mach diese Zwischendinger. Dann gucken wir mal, ob vielleicht sogar da noch was drinne geht. Mach ich dann gleich. Jetzt gehen wir erst mal pennen. Ist soweit? Denkst du, das Boot... Jetzt wird auch noch das Bissen an. Also, ich geh mit. Ich geh mit. Okay. Dann leg ich auf. Ja, meine Todesnachricht für den Creeper ist länger als deine. Ist ähm... Interessante Sache, um stolz darauf zu sein. Diamanten? Oh. Ich glaube, es sind Diamanten, oder? Ich hab ne Treppe gefunden. Jaaaa! Achieve and Good Diamonds! Da bin ich schon. Alter, da ist voll der Alarm draußen vor der Tür. Da war ein Dorfbewohner-Zombie, da hat sogar Eisnerberger. Nice. Acht Stück. Acht. Mit den 15, die wir schon haben, haben wir dann jetzt 23. Wir sollten uns beiden mal um... Kannst zählen! Da unten sind zwei Hexen unterwegs. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt meine Diamond-Spitzhacke und hole uns Obsidian. Hm. Und denn? Können wir uns nen Zauberungstisch irgendwann mal machen. Dann können wir uns eine Fortune-Spitzhacke machen. Und dann können wir noch mehr Diamonds abbauen. Dann bauen wir irgendwann ein Schloss aus Diamonds. Okay, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Und wir können dann die nächste Ding schon mal in Neta gehen, weil ich bräuchte ein bisschen Warzen. Siehste? Ich hab mir gedacht, dass ich die... Ich brauch ja... Kai möchte also ein paar Warzen haben. Ach Mist, ich brauch einen Eimer. Oh, hier war irgendwo Wasser eben. Ich könnte mir... Der Wahnsinn. Ich mach das jetzt alles hier unten. Ich komm nie wieder raus. Wollte grad sagen, ich baue mir jetzt hier ne Basis und komm nie wieder raus. Das Problem ist leider nur das Essen. Ich muss leider auf Peaceful spielen. Ja, du, alleine geht wohl nicht. Dammit. Acquire Hardware, was hast du grade gemacht? Mediakunst, ich hab, äh, Eisen gebrochen genommen. Achso. Okay. Wer hat denn hier Fuschernbau betrieben? Ich nicht. Ich hab nämlich noch nicht gebaut. Schön. Warum mach ich grade Eisen? Das sind die Bohnen. Guck mal, Nubi hier. Ich hab keine Ahnung, warum ich Eisen mache. Achso, doch. Ich brauch... Deiner Seite. Oh ja. Der Test ist ja noch nicht fertig. Aber ja... Das ist meine Ausrede. Das ist auch noch nicht fertig. Da war ja noch nicht dicht und nix. Da wird dann noch zugemacht. Der Raum. Ja, ja, ja. Muss eh mal gucken, wie ich den... Ob ich den vielleicht sogar noch... Ja, keine Ahnung. Wenn du jetzt stirbst, kommst du am Strand raus. So viel Schrott im Winter. So. Jetzt muss ich mich noch wieder daran erinnern, wo ich... Das Wasser gesehen hab hier unten. Hm. Autsch. Hier war das Lava-Ding. Okay. Dann war es nicht hier. Wo komm ich wieder raus? Hier. So. Jetzt können wir hier hinten noch ein paar Kisten verstecken. Den ehemaligen Effi-Fremdschämen. Haben wir unser Schlafzimmer fertig? Nein. Ich hab nur das andere abgebaut. Wer das macht. What ne Logik. Und wo schlafen wir? Ich hab dir da noch ein paar Schäder hingelegt, der Hannes. Ich brauch keine mehr. Also wo schlafen wir jetzt? Im Moment noch nirgends. Also ich mein, ich schlafe in der Höhle, aber... Ach, sag mal. Schön. Hey, ich bin nicht auf der Hause, ne? Komm nicht gleich da runter. Oh, hier ist das Wasser. Das ist jetzt genau in dem Moment gesagt, wo ich mein Wasser einmal in die Hand genommen hab. Und wo kommt das Wasser? Das ist auch ein bisschen... Musical-Charakter. Oh mein Gott. Wasser in die Hand. Oh, hier ist das Wasser. Au! Warum tust du das? Mit mir. Hm. Jetzt muss ich auch noch die Quelle finden, oder? Hoch, hoch, hoch. Ich fühle mich, das Wasser kommt von der Oberfläche. Ne, doch nicht. Hoch, 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 hoch. Yay. I now have Wasser. Wow, you can be... Wow! Alter! Was? Wo kam der weg? Was machst du da? Es ist nichts Wichtiges kaputt gegangen. Juhu, ich bin die Einzige, die was in die Luft springt. Wichtiges kaputt gegangen. Guck mal. Ich hab nur die Staubwolke noch gesehen. Ja, guck mal. Die Häschen haben ein bisschen Schaden genommen, aber... mehr auch nicht. Wo kam der weg? Ja, ich sag doch, vorhin war's doch genauso. Ich drehe mich rum, steht ein Creeper vor der Tür. Das ist so. Ja, aber beim Schafstall eben aber auch so. Ja. Die Viecher sind... Das ist so berechenbar. Viecher. Er ist irgendwo eine Spinne auf dem Dach, glaub ich. Er ist eine Spinne auf dem Dach, ich bin ein Döner. Ach, das dauert schon lange, ob sie den Ablösungsvieh. Oh, das ist nicht großartig. Lass mal stehen. Ech. Ech. Hä? Was ist denn? Den hattest du wohl noch nicht. Den davor erforderlichen... Ja, genau so sollte es werden. Ach, Wasser. I'm making all the animals. So, ich hab schon drei Obsidian. Vier. Dieser Kuh-Schweine-Schweine-Schwühnchen-Stall platzt langsam auf rein. Ja, das sollte ja auch eigentlich nur ein Kuh-Stall sein, aber es machte mir keiner weder einen Hühner noch einen Schweine-Stall. Ja, deswegen brauche ich einen Warzen. Weil du einen Schweine-Stall machen möchtest? Nein, einen Hühner-Stall. Nee, ich will so einen hellen machen wie bei unserem selber. Und dann entsprechend mit hellem Dach und... Warzen. Birkenholz. Ach, warum sage ich Warzen? Ich mein' Quarz. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum du Warzen brauchst. Och Gott, ich bin so behindert. Nee, ich brauch' Quarz. Du bist nur am Quarzen, der junge Mann. Ja. Ich hab' schon sieben Obsidian. Das war jetzt echt unintelligent. Ja. Ein bisschen. Was braucht man nochmal für einen Zaubertisch alles? Ein Buch? Ein Buch, ein Diamanten, zwei Obsidian... Vier Obsidian. Vier Obsidian. Zwei Diamanten dann, ne? Oder? Ja. Nee, ja. Also... Drei Diamanten? Ja. Unten drei Obsidian, dann in der Mitte ein Obsidian, dann links und rechts daneben ein Diamant und oben ein Buch. Genau. Dann... Oh, darf ich einen Turm für den Verzauberungstisch bauen irgendwo hin? Ich weiß noch nicht wo. Ich muss mir noch was aussuchen und was ausdenken. Kann man machen. Meins wegen! Juhu! Juhu! Sag mal Kai, was ist das eigentlich mit so einem breiten, tieferen Keller, den du da hinten angefangen hast? Wo? Was? Wie? Wir wollten nur irgendwo Pilze züchten. Was soll das werden? Welcher tieferen? Achso, ja, nächste Etage und sowas halt. Und dann hinten... Eigentlich wollte ich da hinten dann den Zauberraum reinmachen, ja. Den hab ich ja... Aber ja, je nachdem. Kann sich jetzt in den... Schau mir mal. Schau mir mal. Habe ich das Ding noch bei? Ja. Ach, ja. Und sonst so? Ich reparier grad Creeperlöcher. Ich betreibe Dachbau. Also, so ähnlich. Ja, und ich mach grad das Feld. Gerade im Moment ein bisschen unspannend hier unten. Oh, Lava. Lava, Lava. Eigentlich hätte ich jetzt direkt nach dem Satz mit nem Knall äh... Keine Sorge, ich hab mir Wasser organisiert. Gerade ein bisschen unspannend hier. So, ich werd nicht verbrennen. Ich weiß, warum ich mir das Wasser geholt hab. So, haben wir jetzt schon hier irgendwo Kartoffels angebaut? Kartoffels? Ja, nein, vielleicht? Ich weiß nicht, ich nicht. Also, ich nicht. Glaub nicht. Dann liegen die noch unten. Du bist der Feldmeister. Feldmeister? Ja. Okay, dann nochmal jetzt auf der Seite kamen und auf der anderen Seite. Das ist doch jetzt klar hier. Hoi. Oh. Ah, die Dinger haben jetzt andere Farben. Hast du denn immer dran gedacht? Nein. Wer hat andere Farben? Was hat er jetzt gemacht? Einen falschen farbigen Zaun gebaut? Schwarz. Oder ist das Fichte? Das ist Schwarz-Euche. Das ist Schwarz-Euche. Zaun hab ich noch nur Kantor, glaube ich. Ja, das fordert, das Toe auch kommt man ja fast so lassen. Das lassen wir so. Warte da, kriegst du den Zaun noch nicht. Den können wir mal als Pfosten für die Pferde und so was nehmen vielleicht. Da. Diese Spinne geht mir ein bisschen auf den Keks. Dann töte sie. Komm doch nicht ran. Rüssen die. Rüssen die, weißt du was? Um auf dem Dach. Dach? Ich hör sie immer nur rumkreischen hier. Ja, ich hör sie auch. Na toll. Mir ist grad ein... Mir ist ein Zaun verschwunden. Awww. Auf dem Dach ist keine. Kein Zaun. Keine Zaun? Keine Spinne. Die ist aber hier irgendwo. Ich hab den Zaun... Hast du weggemacht? Den Zaun hingesetzt? Da hat er kurz aufgeblinkt, dann mach er weg. Ach. Ist da wo die ist? Hättest du irgendwo anders hingelegt. Die klebt... Die klebt bei den Schafen an der Decke. Ach Gott, da. Wo Spinnen halt immer so sitzen. Jetzt macht sie Breakdance. Das ist die Party Spinne. Wollen wir pennen? Hör mal. Moment, Moment. Ah, jetzt hab ich meinen Zaun noch wieder. Jetzt bin ich zur Tür rein, jetzt kam meine Zaun wieder. Der hat drinnen auf sich gewandelt. Ich muss erst mal aus dem Wasser raus. Wir haben ein Schild vor dem Fenster. Wieso haben wir ein Schild vor dem Fenster? Werkzeug. Auf ins Bett. Ich hab die Kiste verschwunden. Ich hab die Kiste verschwunden. Nein. Irgendwer liegt noch nicht im Bett. Ja. Schneller. Boah, die Nubi kraxelt dann auch rum. Geht sonst ein Weg in ihr Bett. Ich liege hier unter, unter, äh, äh, erschwerten Bedingungen. Ja, ja. Und so, ne? Dinge. Teile. So will er. Meine Schaufel ist pur. Haben auf jeden Fall genug Eisen. Bin ich nicht. Du brauchst genug Obsidian mittlerweile, glaub ich. Also haben wir ja, aber ich baue noch mehr Apfel. Weil ich's kann. Das ist der einzige Grund. Mein Mikro wandert die ganze Zeit nach unten. Also wenn's zu schnell so krrkkkkkrrkkkkfkkkfkkkkkkkkfhkk fazrkkkkkkfkkk um die schlafgemächer entstehen oder das war jetzt erstmal einfach nur damit die irgendwo stehen hier kommt jetzt noch eine gaube rein und dann gucken